Ja, wollen wir in der Militärbase gehen, oben auf dem Turm? Du sagst ein! Du sagst ein, egal was du sagst. Okay, warte, ich markier eine Stelle. Außer sechst mit dir an, das tu ich nicht. Ich hab eine Stelle, markier die ist grün. Ja, hast du eingekackt. Ja. Ach, da. Ja, das ist gut. Oh, der will noch einmal. Mal gucken. Ja. Das geht schon. Was ist eigentlich mit Matsi jetzt bei dir? Der Sommer. Welcher? Sommer. Was mit dir? Ja, der war lange nicht da. Ist der Arbeiten oder was? Ja, der ist Sommer in der Woche weg. Vielleicht hat er keinen Internet. Oder der ist bei Sarah, keine Ahnung. Aber du hast recht, die Woche war der noch nicht. Ja. Sieht niemand bei uns? Nö. Ja, das sind meine Obenbäsche, aber die wollen ja die Stadt. Ja, die wollen ja die Big City. Big City Light. Ja, ich hol mir das größte Haus. Da bin ich schon. Nö, da bin ich schon. Nein, 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 nein. Dann geh ich in ein anderes Haus los. Ja, ich bin schon dritt. Ja, dann geh ich in ein anderes Haus los. Ist okay, ist okay. Warum nicht fahr ich so? Bitte schön. Ich hab schon mal ne Rauchgranate. Cool. Kann man sagen, kann man machen. Alter Verwalter. Zwei Waffen und ein 8-fach Scope. Oh, ich komme zu dir. Nix. Ich hab so ne Pistol-Auschlauch. Alter Verwalter. Hab nur Muni gekonnt. Alter Verwalter. So viele Pistol Muni. War natürlich nur Spaß. Aber ich will euch treuen. Zum Glück nicht gelungen werden. Alter. Ist noch ne Ozi. Hier gibts noch einen am besten bei mir. Ein. 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 Oh, ich hab ne UBER GEEN gefunden. Ich hab ne UBER GEEN gefunden. Hab ich ja schon. Ist okay, auch klar. Gotta go pop into this party. Oh, ich hab ne 2er Wester EER Neubs. I'm ready to... Ich hab ne rote Punkt-visier. Naja, auch ne 2er. Hier liegt noch ne Schottgun, wenn jemand in den will. Danke. Ob denn. Ok, bin fertig mit LOOP. warst du schon bei der roten hütte ich bin die ganze zeit in der welt ich meine auch nicht dich weil du hast ein großer blauen ding war sogar ja ich würd sagen du kannst du mal ins nächste gebiet rein hier ist ein zweifachschaub wenn das jemand will ja ich so eingepackt wo im haus weil die irgendwo rechts wir müssen in die bude ja wir brauchen nicht hast du gefunden ja ich gehe raus jetzt noch ein zweier wässer ja aber wir haben schon alleine du warst der einzige halt ohne oh wir sind sogar im gebiet geh 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 ich muss noch meine m16 nachnahmen halt ich renn doch ach mann ja ich hab nachgeladen belch ich seh gleich wie es schon hinter uns explodiert das wäre so böse das wär ein geiles sag das nicht zu früh ihr seid auch noch im kreis er war doch hundern passiert eh nichts und jetzt war so wow hier steht doch ein buggy den können wir uns dann annehmen obwohl brauchen wir auch nicht obwohl brauchen wir auch nicht warum weil ich den m16 gefunden hab mir doch egal ich hab auch einen m16 wir waren im battle wer zuerstirbt darfst wer zuerstirbt hier ist nix mehr schade war da jemand einer wässer hier ist noch eine zweite waffe will die jemand was für eine hier ähm 416 habe ich schon brauche ich nicht ah die muni würde ich nehmen ne dann nehm ich kann ich trotzdem die muni haben nö und was ist wenn ich jetzt nochmal frage nö fahne ey ich meine ich will kochen ist nur zum braten und zum kochen wollen wir riss übrige gehen oder ob wir hier ja wir könnten erstmal die hütten hier noch looten oh my god alles was hier so in der nähe ist gucken wie es aussieht bei so gut bin ich jetzt auch nicht aufgestanden ich hab grad noch 30 schuss für meine m16 bei fast go braucht noch jemand was für eins zweier ja ja nimm mit finde ich halt besser als das holo oder tom nennt das gibt's erstmal tom obwohl ne ich brauche selber noch eins für die zweite waffe sorry ja du kannst ja tom die bessere geben er hat jetzt nur noch ne nee wir müssen alle gut ausgestattet sein der ist schon voll weit weg ja wir sind schon im nächsten Stadtteil wie heißt der Stadtteil irgendwie wie heißt der Niroja heißt der Zuckerbuleab heißt der der heißt glütsch mein Schwanz zu fette Worts Alter, jetzt über 3 nicht. Das ist ein guter Name. Oh, 4 Rasko, Bjo, Bitch. 4 Rasko, Bjo, Bitch. Immer wieder drüben gucken, ob ihr mal drüben guckt. 4 Rasko, Bjo, Bitch. So, jetzt bin ich verdient. Oh, was ist das? Hier ist wohl der. Ach ja, warst du schon. Okay, Scroo, das ist zu scheiße. Geht oben, Tisches. Ich wette, man könnte jetzt voll gut Strahlen sperren. Ja. Braucht noch jemand einen 7-6er? Holy shit. Moni? Ja, was denn sonst? Nee. Ich hab keine AK. Sehr schön, ey. Ich hab halt echt nur einen 16. Und halt nur einen B. Ja, auf kurz. Ich glaub, ich hab ihn hier oben. Oh, Medipack und Merzmittel. Noch mehr Medipack. Braucht jemand noch einen Holovision? Äh. Let's try to run out. Also, wenn ihr einen 4 habt oder so. Ja, ich hab eins, aber das kriegst du nicht. Ja, wenn du eins mehr hast. Nee, das kriegst du auch nicht. Krieg dich. Danke. Danke. Ah, es liegt überall irgendeine scheiß Granate. Oh, blend. Auf der Brücke ist schon das erste Auto. Das steht aber dritte Blöße rum. Ja, die wollen einen Straßensperre machen. Ja. Dann lass uns die abschießen. Komm, wir machen auch eine Straßensperre, wenn die raus wollen. Braucht noch jemanden, der M16 A4 ist? Ist die besser? Ja, besser als was? Als die M4 16? Keine Ahnung, kann sein. Na, die andere kann mal Griffe da machen. Das gefällt mir. Also, braucht jemanden an der M16? Ich bin gleich zurück. Ja. Nop. Ah, gut. Ich hab wenigstens Moni. Oh, achter Scope. Oh, achter Scope. Echt? Ja, hat jemand einen Sniper? Ja, aber Scope kannst du trotzdem mitnehmen. Ja, natürlich nehm ich dabei. Ja, vielleicht finde ich einfach einen Sniper. Ich hab ja jetzt nur eine UMP als zweitwaffe. Jetzt, sagt ihr das so, wo er mir ist. Ja, echt, echt... Wow, geile Akgar. Wie war das Visier weg? was the last one holo wie sie braucht jetzt keiner oder ich bräuchte noch ein bisschen für meine andere waffe und holo bis hier war schwachsinn für die m16 ja dann schmeiß ich es weg wenn du nix wer ist da ich plasmus wollte nicht mit mir spielen ich hab die ganzen kills gestohlen ja er kommt in einer halben stunde ihr müsst euch den clip anschauen den ich in die gruppe geschickt habe wir hatten auch gerade ein lustiges also nicht gleichzeitig aber kurz hintereinander wollen wir straßensperre machen haben wir autos ich hab schon den buggy an die brücke gestellt ansonsten würde ich echt straßensperre machen das mit dem achtfach aufs dach und dann absnipe mal auf die brücke ja die nase juckt der ist es zum kotzen beim zocken der traum schnallt ab ey ist ja noch schlimmer dann läuft sie ja die ganze zeit läuft ja ne die juckt oh da sind die deutsche an der brücke ok ich packe mal 8 wie viel meter werden das denn sein 300 bist du da oben dann komm ich mit ich höre das ja zuweil ja mach ich ich höre ihn ich gehe weiter vor an die tange von mir aus auf ziemlich genau 180 so also unter 195 da steht ein buggy der voll buggy ist ja da links rennt er über die brücke siehst du ja ich seh es oh woll schießt ihr beide ja ich hab ihn dreimal getroffen sogar ja jetzt geht er nach links ich hab einmal getroffen vielleicht hätten wir aus der ist jetzt auf der linken seite von der brücke ja gar nicht sehr genau äh 0 auf 300 meter das kommt ziemlich genau hin die haben den weggefahren ich weiß den hat jemand weggefahren ja hier liegt noch muni hier und dachsing für die ak links von der brücke äh auf 180 ungefähr die sind noch auf der brücke drauf ja auf der brücke auf der linken seite also linke bordscheinkante sozusagen weil der hat gemerkt hat von wo wir schießen ich hab nochmal gehittet den gegen 10 oder was ich seh Belegungen an den kaputten Autos naja da ist einer das sind zwei oder ich seh bloß eine Belegung mindestens zwei ah ich seh die auch nur an solchen ganz kleinen Stütz ok er lädt bei mir aber wieder nicht nach ah jetzt hinter uns sind auch welche in der Stadt sind die näher ne die wissen nicht dass wir hier sind die looten sowieso ok ich behalte die anderen aber da müssen wir halt auch passen die anderen mal im Auge die sind doch immer noch bei den Autos die sind zu weit weg ich seh dich ok vorne an der Bushaltestelle siehst du die oder siehst du die nicht ja ich seh nur Köpfe aber ich kann sie genau erkennen die da auch nur rumwuseln die da auch nur rumwuseln naja die müssen doch auch kommen da müssen die kommen keine Zeit haben sie noch aber soviel ist es irgendwie wo waren die an der Stadt da ist einer im Auto kann das sein ich hab geschossen ja von hinten von der Brücke kommt auch ein ganzer Squad mit Auto oder ohne Auto ohne aber siehst du die überhaupt weil die ja aber hat so ein kleiner Schlitz ich seh die durch so eine kleine Ritze aber das war's auch da wenn du von mir guckst du zwischen ja ich seh die auch aber da braucht man nicht durchschießen eigentlich oder naja ich glaub auch nicht das Spiel lässt es nicht zu wir sind auf jeden Fall jetzt in der Zwickmühle oh scheiße der springt runter einer ist gedowned von dem die anderen sind runtergesprungen einer ist runtergesprungen einer ist nach oben ja der ach so da kriegt er hätte ich jetzt ne richtige Sniper versuchst du den auch zu treffen ja ich wollt mal gucken wie laut die P- ja der ist runtergejumpt ins Wasser der eine links oder west ja links der verletzte hat sich links ins Wasser geschmissen da ist aber jetzt noch ein anderer Squad auf der Brücke ne ja 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 jä hääähh ja u dot wo achso da ist er Topung, links von dir zweck Tom liegt Auf der Brücke, die kommen auch näher. Das ist doch schlecht. Hey, why are you a dinosaur? Ja. Was wollen wir machen? Wir gucken jetzt, was wir wegholen können. Oh, da sind die fahren mit Auto. Nicht schießen, lass die jetzt mal kommen. Die dürfen nicht wissen, wo wir sind. Leg dich ein bisschen hin. Ja, du auch. Warte, wir können gucken, wo die sich... Wo die raussteigen. Irgendwo wollen die bestimmt raussteigen. Glaub ich, ne. Ja, doch. Ja. Wecke. Ja, die fahren noch weiter. Die haben bestimmt bemerkt, dass die... Dass die anderen beschwissen kommen. No way, I gotta... I'll refill myself now. Und der eine müsste noch leben. Da, ich sehe sie. Die sind 30. Nord-Ost. Norden, 30. Jetzt sind die hinterm Berg. Ne, da, die fahren immer noch. Die sind jetzt da hinten bei den Händen. Weiß nicht, Nord-Osten. Die werden sich bestimmt gleich irgendwann aufsteigen. Nein, weil die... Ach still, wir müssen uns auch bewegen. Oh. Shit. Fuck. Komplett eingecamped da oben. War da noch ein Buggy irgendwo? An der Brücke ist ein Buggy. Ja, der ist auch kaputt. Ich glaube, die haben die kaputt gemacht. Ja. Ich glaube, hier in der Richtung stand noch ein Auto. Ja. Ich glaube, da ist das Motorrad die Hauptstraße vor. Stimmt, der war ein Motorrad. Ja. Ja. Ja, das steht 100%ig. Das habe ich mir. Keine Ahnung. Aber das, du kannst fahren. Ich hab keine Bock zu fahren. Mh. Ja, vorne ist es. Ja, ich stehe. ich werde dir gleich beschossen an ich sehe schon die blaue die wand kommt so nah bewegt sie sich schon ja natürlich aber dann steige ich nicht fahren alle tot in trennen gibt kit alle machen bloß kein unfall war am besten direkt keine ahnung fahr mal dahin war durch ich fahr zu markieren aber das ding kann ich nicht machen weil es so schön schnell aber ich will da hinten in die ecke weil sich von da der kreis schon mal einschnürt bzw fahr einfach nach oben gleich kommt der neue kreis ok dann auf jeden fall da ja in das lagerhaus aber passt auf dass der kenne ist ja das ist ja das gleich vorbei deswegen ja ja ihr fahrt in richtigen zone ihren pfeifen jetzt kann eigentlich von hinten kann er mehr kommen dass mein plan da kommt einer ach nee das bist du darfst dich zu bewegen wenn wir hier so auf also ja wir brauchen jetzt kein motorrad mehr das ist ein recht hütten ja von rechts radikalen das ist auch das dach vorbei da ist keiner könnte man looten wollen wir dazu der hütte kann es probieren da man jemand drinnen kämpft ja da kämpf ich mit ich habe euch schon in der dritte gekämpft 10 minuten oder so bestimmt ja weil du nebenbei was anderes gemacht hast ja du hast mich gerade erschreckt ein bisschen ja du hast nicht so laut geschrien ja hier ist umgelootet hier liegt noch eine akka weil die was also hier liegt noch alles ich habe euch schon machen zurückgelegt weil die um leute anzulocken ja aber nicht noch eine pen also wer keine pen nimmt der abkern ich habe eine pen ich habe eine ich habe eine pieneppel apple pan ich habe eine pieneppel das braucht ich nicht aber willst du mich erschrecken oder ja ich bin die ruhe selbst da lag akarmu neben dir ne doch stimmt ich habe aber langsam keinen platz mehr Ähm, ich schmeiß mal das Fire Scope weg Boah, was leckt der da hier? Hier sind sogar noch einen neuen Kreis drin Nice Okay, von 180 rum wird geballert Okay Die Leute können die Muni einfach mitnehmen und wegschmeißen Da schießt jemand Du das? Ja Hast du hier alles schon gelootet? Oder lootest du gar nicht? Die sind ja hinter dem großen Baum Kleinen sich auf Waldi, siehst du die? Ich gucke gerade gar nicht Wo sind die? Sag noch mal Ortsangaben Ei, 180 Einer ist ausgenockt, hinter dem Ding Hinter der Hütte da? Ich wechsle mal auf die AK Vielleicht sehe ich da mehr Ach, ich komme mal zu Ich weiß nicht, was du meinst Ich wurde ausgenockt What? Ich komme, versteck dich Ich weiß nicht, von wo Ja, von hinter mir, wo ist denn das? Im Süden irgendwo Also ich glaube, die sind so südöstlich Süden-Osten Okay Weil da kamen gerade die Schüsse Wo ich zu ihr gerannt bin Hast du was zum Heil? Ja Boah, mit deinem Afro Du hast gar keinen Helm Ja, der hat mir den Helm weggeschossen Das sieht so dumm aus So, Pan-Killer wird reingeschmissen Dann Weiter Oh, Aldi, das sind zwei Schüsse 105 105 hinter dem Ball Das sind drei Leute 105 Oh, kack Eisch, Schuss Ich seh den nicht Kann man nicht schratzen Ja, wenn du direkt da hinkommst, wo ich bin Weil die sind direkt vor dem Haus Mach, hey, halt mich What? Da waren noch welche Ja, rechts Rechts? Ah ja Ach nee Ja, rechts Alter, sie zu dumm Alter, die haben ja echt guten Sniper Wer ragt mich denn hier ab? Ich schaue, du angestumpst? Matze Habt ihr noch Platz? Kann aber nicht reden Ja, Matze Wir haben noch Platz Hörst du uns? Ja, ja, da vorne sind sie Ja, gut Ja, wir sind nur zu dritt Kannst fetspielen Gleich Probus Ich los Boah, ECHO! Was machst du? Ja, machen wir Machen wir Jawoll Hast du ihn getötet? Mhm Da ist ECHO, schönes Ding Drei Leute leben nur noch Mit dir Ja, ein See stammt Stein Andern keine Ahnung Ich lade jetzt mal bei IW Die Datei hoch Das hat ja für eine Waffe in der SKS Ja Okay, Matze, wir sind jetzt dort Oh, fuck Kannst du sowieso kurz an den nicht reden Weil er keinen Schwanz hat Ja, ich lasse mal bei IW Ich lasse mal bei IW Okay, wir sind jetzt hier Und jetzt mal bei IW